Psst, ey. Guck mal, Bruder, like dieses Video innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wenn du dich genauso wie ich auf die nächsten Ferien oder auf deinen nächsten Urlaub freust, Bruder. Und wenn du Hartz 4 Empfänger bist, Bruder, wenn du arbeitslos bist, like einfach dieses Video trotzdem, weil alle anderen für dich Steuern zahlen. Ach ja, und falls du noch kein Abonnent bist, Bruder, abonniere jetzt meinen Kanal, aktiviere die Glocke und ich wünsche dir viel Spaß auf meinem Kanal, Bruder. Was geht ab? Der Kanal mit der roten Jack ist wieder einmal fresh vor der Kamera. Freunde, altbewährtes Spiel, lass nach dem Video, oder am besten jetzt, 5 Kommentare da, irgendwas, wenn einfach voll, irgendwas, keine Ahnung, A, B, C, D, E, F, G, H, B, Blablabli, Blub, 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 ist egal was. Und ein Kommentar mit irgendwas Lustigem oder Bedeutungsvollem unter deinem Instagram-Namen. Wenn du Top-Kommentare suchst, das heißt, wenn du die meisten Likes auf diesen Kommentar bekommst, werde ich dir auf Instagram folgen und dich persönlich grüßen. Dieses Mal hat die Sina-P-R-V-A-X gewonnen. Schöne Lust an dich, Sina. Ich folge dir ab sofort auf Instagram. Also, Kollege, was du jetzt ein bisschen kommentieren? Wenn du Bock hast, teile das Video, also wenn es dir gefällt, auch mit deinen WhatsApp-Freunden oder mit Facebook oder auch... Ist egal wo. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nicht genug Folge da, was jetzt kommt. Jalla, viel Spaß. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich bin Fashion-Killer, rote Leder, Jacke, Michael Jackson, Thriller. Na? Ja, Kargummi und Soda. War das gerade ein Kuss? Drück. Blamiert. 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 Trinkt ein. Ach, geil. Ui, jo. Was ist denn mit dir los? Warte, ich habe eine schönere Maske. Ich höre, ich habe eine schönere. Kennst du? Boah, das war auch eine geile Maske an, Alter. Ey, der war voll schlecht. Der war so schlecht, dass der wieder eigentlich lustig war. Okay, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich nur behindert, weil ich darüber lache, aber ist okay. Ach, Gott. Ich lache über meine eigene Witze. Sad Story, Alter. Nicht der schon wieder. Nicht der schon wieder. Warum sehe ich den immer wieder? Warum? Warum fiegt er meinen Kopf? Oh, nein. Der hat es drauf. Der weiß genau Bescheid, Alter. Spiderman! Hast du da grad nen Anfall oder was? Nein Ach, du hast grad angehört wie ein 8-jähriger, Alter, sag mal noch was Ähm, ja LOL, du hast schon 8-jähriger angehört, Alter Ja, man Scheiße Ja Komm, sah die so krumm aus Ey, willst du, dass mein Trommelfeld platzt oder was? Ja, willst du? Ja, hoff damit mal, du machst meine Augen kaputt Was versuchst du denn da? Singen Sing mal jetzt ohne, dass mein Trommelfeld kaputt geht Geht nicht WTF machst du da, Alter? Was ist dein Knie? Du bist du behändert Ach, das ist ne Titte Ist das ne Titte? Was ist das? Jetzt war Realtalk, was ist das? Ich erkenne es nicht Was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das sein? Ah, es ist ne Titte Ah, es ist ne Titte Sag mal die andere, lieber, Alter Jetzt erkennt man auch, dass es Titten sind, Mann Seht mal unten ein bisschen Mann, Alter Was klickt die weiter, Alter Da hat die einfach eine Titte Was aussieht wie ein Knie, Digga Weißt du? Boah Äh, da sieht es unten ein bisschen aus wie ne gerade Bulldose, Junge Hallo, bist du fake? 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 Oder nicht? Pfff Das war Talent, Bruder Hahaha Aber, Alter Grab Was machst du da? Machst du da Nix, hast du nix an, oder was? Hast du nix an, oder was? Zeig mal? Zeig mal? Naja, Deckel Ich dachte, das kann man mal sehen, du hör mal Was ist deine Mission hier? Schicke Männer, ah, auf diese Suche bist du Und bin ich ein schicker Mann? Mhm Und wohin führt die Reise jetzt? Wohin die Reise jetzt führt? Auf Whatsapp Und dann? Hm Also soll ich das schreiben, ja? Du hast mich zweimal weggeskippt letztens Tut mir leid, ey, ich wurde grad richtig geprankt, Alter Hör mal zu, ich hab grad hier so ein Mädchen gesehen Die hat nur Lippen gezeigt und ein bisschen hier so, ne? Ja Ich so, zeig mal was und so Weil ich wollte den dritten Teil aufnehmen für diese perverse Videos, ne? Ja, ja Die so, nein, nur über Whatsapp, bla 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 Und ich hab da so eine Community Nummer Also hab ich ihr Whatsapp genommen, hab ich eingespeichert, ne? Ich denk mir, okay, Jackpot, jetzt nehm ich ihre Shop, so Auf einmal Die schreibt so, hör mir jetzt genau zu, ne? Ja Ich schreib so an, ich so, blub Dann die so nachhübscher Und dann kommt die mir an mit Moment Ja Alter, wo ist das? Boah Nur zu, meint die jetzt, okay, ich bin jetzt lieber ehrlich Ich bin ein Mann Der Wichser, Alter Hat er mich richtig geprankt, Alter Irre genommen, Alter Richtig irre genommen Du schreib mir Instagram rein, ich hinde dich rein Dann muss ich es nicht zehnmal erklären Ich muss es nicht zehnmal erklären Direkt dann hier Habt die Erklärung Das ist ein Typ, Alter Hat er mich geprankt, Alter Der Wichser Ja, was geht? Ey, hört mal zu Ich muss hier ganz kurz einen Cut machen Das ist eigentlich so länger geworden, das Video Aber das Ding ist so Ich brauch für morgen noch was Also habe ich das Video einfach in zwei Teile gespittet So Nimm mir das nicht übel, ich habe es nicht geschafft Mehr aufzunehmen Und ich will ja jeden Tag irgendwie ein Video droppen und so Deswegen nicht mehr, dass ich übel so Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen Und morgen könnt ihr den zweiten Teil davon sehen Beziehungsweise die Fortführung Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Und like das Video, lass ein Abo da, falls du kein Abo bist Und ich äh Ich äh Ja, ich küsse dein Herz Und um das Ganze abzurunden, hast du jetzt hier noch ein Bild von der Minecraft Villager